herzlich willkommen bei tdt dabei herzland hat die schule der kaputt und der kundern der marke der maxi bleibt dankenswert was du hier du hast hier umgeschossen ja und ich muss nicht so laut sein weil ich sehe gar nicht immer weg und so pain durch und das wird über den frost ich halte euch da drinnen fest ich hab schon gesagt lasst mich da raus hier sind mir zu viele ja er hat den knopf gedrückt während er und maxi davor stand ich lebe noch eine obstkiste hat mir das leben er hat sich geportet origin wahrscheinlich während des fallens ich bin leider ja ich werde sterben ich werde jetzt gleich gehen warte ich transferieren kaputze kriegt gleich krill und dran ich schicke noch ein paar punkte noch mal ich hab zwar keinen job aber da du bist nicht unter uns irgendwo julie kaputze ja du musst ja unten sein ist der weg vorsicht julie das sind frösche ein erzfeind da kann ich noch einschießen veroffen warte bin ich vergessen mit mcfly verkaufen mcfly ist mit raus geflogen oh nein die frösche die fliegen raus auf mich los das sollte sich umbringen nein warte ich hab noch die chance wenn die an einer bestimmten stelle lang laufen als ich die kille komm wir schießen auf pain das wird nicht passieren achso achso du bist tot ja dann so lass ich kenne mich wenn du nicht vendetta gewesen weißt kaputze es war perfekt was da gerade passiert ist wie kam der combustible lemon sound ich hab keine ahnung ich hab deinen sound genutzt und hab dich abgestochen und mich unsichtbar gemacht und alle dachten das war die lemon ja ja richtig aber ich war so hä da war doch gar keine lemon ja ich hab's auch nicht aber ich dachte es sind halt für mich sind da nun kaputze gestorben rechts gegen die metal launcher dann kommt das ich hatte echt gern scheiße hinter mir ist noch ein jackal deswegen hab ich irgendwas gemacht das hat jetzt auch keiner also es lebt ja eigentlich keiner ich hab kaputze abgestochen und mich direkt mit klo unsichtbar gemacht also im selben moment ich hab die ganze zeit umzubringen nämlich seine kiste zu besetzen aber die kann man nicht von fleck wo müsst ihr das ding machen nein du hast dich ja nicht selber gekillt ich hab dich eingekillt hä ich hab dich eingekillt ja aber ich hab den knopf gedrückt achso ja ok ich hab dir gedacht ich bin schon vorbei ja ich hätte mich aber gestell ist schon wieder chaos ah ich werde keine Leute verlieren ich sehe gar nichts ich hab sie 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 mach mal dann den knopf damit er wieder blühen ich frau mich nicht wo liegt sie da wo liegt sie nein wir haben sie Dallot lol Moment hä warum hast du grad hingekillt fuck ich dachte Dallot hat jemanden erschossen nein hä hä wow nee da unten Payne wirklich wohl nicht ok wirklich wohl nicht danke oh shit scheiße oh was war das Payne sorry da irgendwie hab ich gedacht vor dir ist einer umgefallen ich hab nur ne Waffe gewechselt ja ich dachte irgendwie vor dir werden der Sound hast du um die Waffe weggebrochen ja also ich weiß wie also ja wahrscheinlich wird's damit ich hab die Tür zugemacht weil die war rot am leuchten damit ja ja wenn die Julie da hier einen Schabernack war wahrscheinlich sah es aus meiner Sicht so aus als hätte irgendjemand die Waffe verloren das war echt nicht gut das war echt nicht gut das war echt nicht gut auf deinen Nocken ich war in Ordnung ne weggebrochen genau ist schön und du hast sie halt mitgenommen nicht mich und dann hat Payne seinen Sidekick erschossen dann hat er mich mitgenommen genau er hat echt Payne Kapuze gemacht nein mein Jester ja noch schlimmer ja du hast mich geschlammblutet hast du mich hast du mich ja ja oh Gott Kapuze wieso wenns da richtig kalt ist in der Büchse das wirds immer wenn ich dich seh oh Gott ice in a plane ice on a plane du Leid bist es schon wieder du nix on a plane ach dann ohne plane macht jeder Bein dahinten die Bösewichte detective pf 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 muss ich mit zwei tradern absprechen eine in der oberen einmal aufräumt das war echt scheiß aktion mit dem thomas das war ein flugzeug und kein zug das war schlecht aber anders schöne grüße an die leute die thomas heißen das war der siegel aber ich hab stark geflogen die vorsicht jetzt ist kaputt umgefahren ich weiß dass du es bist die tür sind okay ich bin chaos weißt du dann weiß was mein lieblingsobst was ist dein lieblingsobst banane dann kommen wir ich habe hier bananen ich will jetzt hier ich habe ja gut ich mag erdbeeren das gratis bananen nach maxi das ist bananen am sporn mann wäre nie zu checken das ist auch gecheckt aber das ist bananen ja jetzt ein gratis bananen bist du gestorben die sich getötet hätte passt schon wie bist du gesagt wurde erschossen hast ja selber gesehen in der ja aber ich wusste nicht wann also als du als als ich habe nichts gemacht habe ich mir geschossen recht auf sein kopf war das war das weckt das chaos einfach alle getötet ich hatte da als du da im kreis stand ganz im anschluss habe ich auch überlegt zu stehen aber kam gerade die disco hoch jaja gratis bananen hallo ja gratis bananen ich dachte mir nix jetzt noch nicht einfach nur lustig ist es ja ich habe es da hingekackt ich habe da hingekackt juli rein ins klo soll das fast rein juli hat eine zauber und wieso werde ich dann geportet weil ich habe panik geboot ich wollte ja nicht in die luft gehen die hatte die danach auf mich gezielt die hatte die danach auf mich gezielt wäre lustig hätte mit julie den platz gewechselt hätte und sie sich selbst gefaucht hätte hey julie schiebt sie immer noch um ja als vendetta du kitt oh 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 wenn julie hat sie noch einen ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube ist nur einer gestorben da ist sie ja hier war es ja ja sie ist auf jeden fall hingefahren hab ich doch eh war da liegt sie da liegt sie ich will sie nicht befördern ja ok warum hat die kapuze mit geld weggeworfen da du denn jones liebt die kohle und irgendjemand anders auch ran und ran auch echt so frech ich bin so schnell ja ja das bist du echt das war um das können wir verändern macht euch auch lang mittler mode au dass ich mich jetzt so blöd sind wo sind denn hier alle oh gott warum sicher nicht ich bin denn da ah gott ha 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 ich bin schon wieder oben oh 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 Ja, nein, nein, nein! Traurig Lukas. Du Schmal. Stahlkappe. Wo ist Maxi? Oh Gott. Super, ey. Hallo, warum? Du wolltest doch immer, dass die Leute donaten. Das ist so Spaß. ja aber es gab da wegen der nachquatsch die können auch bei mir donaten so wie das klingt ja eben da was ging kaputze anschaue als würde man sich immer beschwert steuern ich hab dir echt an banzengeld hingeworfen du beschwerst dich richtig auf der endbar ja aber prostitution ist nicht mehr erlaubt kaputze was passiert hier wieder erste reihe hat kein fernsehen wieso knallt jetzt die julia kapuze ist gleiche waffe noch mal schießen würde wäre es gut bei der waffe musste ich in die waffe fest er gibt alles unten ist übrigens auch was gestorben ja hier glaube alles was noch leben da kommt das ist meine kohle ist viel schneller als eine taube war richtig ja die taube geworfen ja müssen wir kurz aufpassen deswegen musst du sagen ich dachte kaputze werden kann man nicht dreimal schnell schießen ja du kannst aber der die arme julia durch die scheibe ich habe mich jetzt dann so liegen lassen ist meine weg und dann ist sie dadurch ich bin jetzt das machen wir nicht nein warte ich hab gesagt ist es dann versuch mich zu killen ja super kapuze ich lebe noch ich darf noch reden ja ich glaube es war nicht aber maro kann es mal gucken ob daloo noch punkte hat okay der letzte wieder nein ja pain hat aber wo daloo gemacht okay schau mal schießt einfach leute ja er hat kommt rein jetzt kannst du dich killen julie hatte ist ist ja sonst wäre ich jetzt hinterher gekommen hätte gekillt und dann sagen könnte dass ich es bin und dass ich was sagen du beschwerst dich dass wir beide so oft im team sind und er schießt mich zum zeit die betonung im team möchte ich bin der einzige da rausgerannt ich war die letzte selbst gekillt hat kapuze spiel hoch wenn du da drinnen bist gibt er den head schon oder oder ich will ich ich bin rücken zu ich bin rein aber höre du stehen kaputze schenk kaputze hier kaputze die soda Juli hat das Baby geschossen, ich habe sie nur im Smoke verloren. Was denn? Ich habe die Tür zugemacht, damit ein Trader dich nicht rauskommt. Er hat sogar was gedroppt, oder? Das stimmt nicht. Äh, Juli? Juli! Die warst vorne mich schon. Ja, das ist richtig. Jetzt knall den Kundern ab, da! Defective T! Und mag... Und wem noch? Scheiße. Das ist echt leid. Ach, voll. Äh, K***er. Ah! Verbrenn doch nicht, Fred! Ja! Sehr gut, McFly. Das ist fast mal. Verbrenn doch, du Schweine! Das ist ein Brutari, ja? So spricht man miteinander aus. Ja, das sage ich jetzt nicht. Ulan gebraucht. Ah, fucke ich. Ich warte, du brenn dir Schaden. Das ist auf Dauer. Nie kann man Baby rausklappen, ohne dass sie... Brügel rausklappen! Ja, Juli, das ist schlimm hier. Das war kein Brügel, nein! Nein! Also das sind... Die sind halt so... Die wollen keine Babys, die wollen nur Geld. Die wollen nur... Genau, wir wollen keine Babys. Wer hat eigentlich das Baby geschossen? Der Juli! Der Juli! Wenn du dein Baby rumschiebst, das ist nicht okay. Das mag den Kinder... Baby Freistoß! Die Kinder... Nein, das Kinders... Nee. Jugendschuss... Nee, Jugendamt. Ja, Jugendamt. Kinderamt! Oh! Das Kinderamt! Das Kinderamt! Von der ganzen Auswahl gibst du ein bisschen Seite. Daher... Renn mir mal Power! Ich schwör's, ich hab nichts gekauft! Ach Gott, Juli hat irgendwas geworfen! Free Weapons! Ja, also gar nichts. Aua! Newton Launcher! Pain! Was soll das denn? Newton Launcher! Ich dachte... Aber das ist ja keine... Waffe! Free Weapons! Ich dachte, dann wechselt wieder auf Farmers oder so. Pain! Pain! Hey! Okay, wir kommen hier nach vorne, dann machen wir fertig hier! Wer ist es? Juli! Juli! Ach du Scheiße! Wir haben nur Blöde vor! Da stehen alle mit dem Ding! Ey, das geht durch die Scheibe, obwohl sie noch nicht kaputt ist! Das... Da war der Dingens! Das war die... Nicht die Golden Deagle, das war der Traitor Revolver! Jetzt gibts aufs Maul! Oh! Oh! Was passiert? Weg, Maru! Ist das alles tot? Wer ist denn jetzt der Böse? Was ist passiert? Also das war kein normaler... Das war der Dingens Revolver! Das war der Traitor Revolver! Was? Ja, das war der, der One-Shotted ihr Nasen! Oh! Oh! Natürlich! Das passiert! Kapuze! Kapuze! Ja! Hab ihn! Du die Augen! Hinter dir! Sehe ich dich hoch? Ja, du! Hab ich auch! So! Oh, passiert hier noch was? Der war gut! Der war gut! Der war der, ne? Also Pain! Also Pain! Hallo! 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 Wolltet euch! Schnell! Warte, ich schick dich! Oh! Ich hab ihn! Warst du unsichtbar? Warst du cloak? Ja! Äh! 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 Das haben wir richtig! Das war echt mies! Das war ein einziger Zombie auf dem Flugzeug! Zombie und eine Plane! Aber kein Problem! War voll gut, Mau! Habt ihr den Film Snakes und eine Plane geschaut? Nope! Könnt ihr euch mal reinziehen? Ist gut! Eventuell! Er wird empfohlen! Mach schon mal den Film! Hä? Was interessieren einen Wadeschlangen im Flugzeug? Hallo! Oder was? Das war ein Drama! Die Waiting Snakes, ey! Es gibt nur eine Toilette! Snakes und eine Plane! Das wär mein Horror! Ja! Siehst du? Und das ist so ein Drama! Bist du das? Ja! Bin ich! So! Ich mach weg! Indem du nochmal X drückst! Kann ich das? Ja! Danke! Kausch, ne! Das musstest du ja nicht! Ich wurde angefackelt! Okay! Fuck! 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 Ich fuckle ganz lang! Ich fuckle gar nicht! Ich fuckle gar nicht! Ist mir egal, Pain! Was? Ist ihm egal! Oh nein! Ist ihm egal! Oh! Hey! Er wird auf dem Feuer! Er geht durchs Feuer! Oh nice! Das ist Madman! Hey! Er ist ein Madman! Er ist echt ein Madman! LOL! Achso! Boah! Ja, können wir mal hier eben alles tauschen! Was macht Roland? Ich vergesse! Was tauschen da? Du rennst sehr schnell! So! Ich nehme ihn nach 1, 2, 3! Und Dalu ist überschwunden! Pain, du Mörder! Was? Pain! Das war's so 100%! Ich hab da echt nichts gemacht! Als ob! Da war doch kein anderer! Ich hab keine Ahnung! Wer von unten kam, hat ne Bärenfall hingelegt! Ich denke das ist Kapuze! Ich hab da nichts reingeworfen! Ich hab da nichts reingeworfen! Maxi, ich schwör! Ach! Ist doch da reingegangen! Irgendwer ist doch da reingegangen! Irgendwer ist doch da reingegangen! Ja, ja, da hier! Der Dalu war das! Jetzt auch rein! Vielleicht ist es von Kapuze! LOL! Da liegt ne Turtelnaid! Ich wollte halt grad nen Zaubertrip machen! Ich hab ne Turtelnaid aufgehoben! Ich hab ne Turtelnaid aufgehoben! Kapuze hat ne Turtelnaid! Oh! Oh nein! Ja, wir schießen da schon nie, Alter! LOL! Hä? Was ist passiert? Ich war ein negro und du pöser Talu! Du hast den Teleportiert! Ich hab den Platz mit Maru getan! Was hast du gemacht? Also was ist passiert danach? Wieso war der Brand? Ja, war der Brand? Aber wieso war Maru Instant tot? Ich hab extrem viel Schaden genommen da in dem Feuer! Äh, der hat einfach die Tür nicht aufgemacht! Also Maru hat halt gar nichts gesagt! Ich dachte, der war Instant gestorben! Ja, deswegen dachte ich auch, du wärst das noch gewesen! Das Problem ist, ich hab gerade die Bärnpfanne gelegt! Den wollte ich ja nicht so einfach durchziehen! Moment! Die Bärnpfanne war doch von Dalu stimmt! Nein! Juli, Juli! Warum hast du mich jetzt in Brünn geschossen? Achso! Der Tag mit der Bärnpfanne ist ein Fehler, ja! Achso! Ja, ja, ja! Deswegen hab ich auch Tau schön gesagt! Das für uns vielleicht, dass du vor mir Tau ist. Achso! Nee! Ich wollte, ich hab ne Branderat ins Klo geworfen und hab mich dann draußen gefordert! Ja, das hab ich dann auch gesehen! Na halt! Ich kann die so zaubern! Ja! Du hast es auch perfekt angekündigt! 3, 2, 1 und Dalu ist weg! Schwupp! Und Maru tot! In der Kamera! Ja, genau! So ist es passiert! Schwuppdiwupp! Hast du es nicht auch, wenn Toiletten immer so eiskalt sind? Oh, ja! Alter, es hat immer einer Frost! Frosty, der Schneemann! Chaos! Oh, da macht einer ein Kristall kaputt! Eben Frost! Slow motion, der Schneemann! F, unten! Mitte unten! Und jetzt weg die Treppe runter! Oh, ich seh die Treppe runter! Oh, ich seh die Treppe runter! Oh, ich seh die Treppe runter! Oh, Juli ist an! Juli! Juli! Wenn du's tief bist, muss der hier unten sein! Das ist Kapuze! Juli! Ich war doch nicht so! Ich kann das hier noch mehr! Das war doch neben dir! Es war neben dir, Maru! Ich hab' ich gesehen! Und du bist, du bist Reaper-Gammer. Also, er stand exakt hier zwischen den Treppen, wenn man so will! ein maro war ja einer von euch haben ein kristall kaputt gemacht das war jetzt kaputt oder wie scharf und nein 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 dafür stirbst du maxi egal was es ist natürlich kaputt gemacht sorry maxi aber beleidigt dass mich hier nicht ich hab kaputze erschossen guck er ist böse aber kann es nicht hochklappen wiko wir haben sich ja nicht erschossen hä? ah hat hier murder maro wow schade nö das war geil mit dem schaf das kommt zu mir entgegen und ich schreit schnell rechts rein ich dachte oh no der zauber war knapp aber ich hab mich noch in der ecke versteckt aha ich dachte jetzt kaputze hat so traumgeräusche gemacht da hat er ja die ganze zeit julie gesagt letzte runde im airboot und das wird die beste runde wird es gut gut nein jetzt geht es los jetzt geht es los ok alles klar oh Gott auf geht lessem rät rät ich will desper disco 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 aber gut chaos chaos PAINT ach du Sr ich hatte mit nichts zu tun ihr das sie kaputze schießt Juli, ich kann dich heilen. Bleib stehen und genieß den Rauch. Schöne Einatmen. Nimm einen festen Zug, Juli. Vape Nation. Vape Nation, aber das heilt, ja? Das ist echt gutes Heilzeug. Riecht gut. Medizinische Ruhe, weißt du? Jetzt auf Eis. Ist sie mir egal. Maxi, bist du das? Der Polizei ist das egal. Kapuze. Elegale Geschäfte. Was ist denn so viele irgendwelche Bösen? Mach die Schafe bei den beiden. Da kommt ein Schaf von unten oder was? Von oben? Von unten? Das ist doch direkt explodiert oder nicht? Die Leute sind halt nicht so krasse Skeller mit dem Schaf wie ich. Ja, es ist definitiv Pain. Nein, das ist definitiv. Einser D-Geschoss. Auf Kapuze, auf Pain. Ja, ich hab ne Dose geschossen. Ja, okay, also auf Pain. Erfangen die, glaub ich, mitzüllen. Ich benutzt mein Zähle. Warum möchtest du meinen Kristallkappen? Ist der Kristall? Du standst die ganze Zeit drauf auf der Treppe. Was war das? Ich wollte, warte mal die Tür, lass den Ding rauskommen, was du oben hast. Er hat sich die Knöchner angestaucht. Julie, was hast denn da wieder an? Ich hab gar nichts Angst. Julie, warte an! Nein, weil ich sei dem du benutzt hast. Die Hex sind die ganze Zeit an. Hexe. Die Hex. Hex. Hex hat sie benutzt. Ich möchte nicht sterben. Aber ich schlag dich jetzt. Ah! Ich sag der... Sonst wirst du in der Kamera, in der... Das... Keine Angst. Nein, keine Angst. Du musst erst ein bisschen down sein. Und jetzt... Ich hab nur noch seltsam geflossen. Ja, den Komplizieren. Oh! Du schießt uns! Julie! Scheiße, er kann es nicht mehr genießen. Bruder. Kommt die Treppe runter, kommt die Treppe runter. Kommt die Treppe runter. Maru! Maru ist es. Maru ist es und Julie. Maru nimmt nichts. Uhuhuhu. 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 Guck mal Capu. Hey. Das macht der Stubfly mit mir. Ahah. Ich fly. Warte. Oh oh. Das überlebe ich nicht. Oh. Hat den Maru gemacht. Pain? Okay, Pain is mirror. Boop. Pain is mirror. Ja. Ähm. Verkaufen sie Bananen? Ja. Echt? Oh man kommt ran. Hm. Juli war Traitor? Was? Näher ran. Näher ran. Näher ran. Oh. 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 Okay. Jetzt hat kein so engel Kohl fliegen. Schade. Okay. Oh. 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 So troublesie bei beinem erschossen. Nein, also wirklich nicht. Wollen wir jetzt Tommy da unten wegnehmen? Ja. Wird halt eine AP. Easy. Wow. Geht nie mehr. Das war ja biess. Leute, Liked und lasst nicht vergessen, schaut mal einfach mal. Bis dann macht's gut. Ciao. Tschüss. Musik 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 Musik